mächtig was los heute in der welt des sports und damit hallo und herzlich willkommen zu den sport 1 news liebe zuschauer wir bringen sie auf den neuesten stand mit den sportmeldungen des tages watzke fordert schmelzer comeback für dortmunds geschäftsführer hans joachim watzke gehört marcel schmelzer zurück in die nationalelf dies sagte er in der sportbild er wolle dies demnächst auch bundestrainer joachim löw persönlich sagen schmelzer spiele bisher eine überragende saison der linksverteidiger trug zuletzt im märz 2014 gegen chile das dfb trikot spionagevorwurf gegen bayern nach der 0 zu 2 niederlage des fc ingolstadt beim fc bayern am samstag wittert gäste coach ralf hasenhüttl spionage er glaubt dass die bayern das nicht öffentliche abschlusstraining beobachteten man habe sich im training viel zurechtgelegt vor allem bei freistößen sagte der fci coach zur bild doch den bayern sei alles bekannt gewesen man habe bereits vor anpfiff gewusst dass guardiola die pläne gekannt habe so hasenhüttl weiter der herr wollte tiago zu united locken wenn united torwart david der herr hat offenbar versucht seinen spanischen landsmann tiago im sommer 2013 auf die insel zu holen dies verriet der mittelfeldspieler des fc bayern in der daily mail der herr habe ihm damals nach dem finalsieg gegen italien bei der u21 gm eine nachricht auf den ball geschrieben so tiago ein konkretes angebot aus manchester habe es aber nicht gegeben bayern duo in ueva top 11 david alaba und thomas müller haben es in die top 11 der champions league gruppenphase geschafft dies teilte die ueva am mittwoch mit im tor steht mit kevin trapp von paris saint germain ein weiterer deutscher nicht dabei ist hingegen barcelona als angriffstrio lionel messi luiz suarez und neymar sport 1.de die adresse für top aktuelle sportnachrichten die es natürlich auch in unserer app gibt da verpassen sie einfach nichts und wir machen jetzt weiter mit folgendem thema ein lachender dritter nach einer ersten starken saison für ferrari zeigt sich sebastian vettel gelöst und erinnert sich an seinen weg vom zaungast zum superstar zurück das ist natürlich schon verrückt wenn man sich die geschichte anschaut ich meine ich stand früher am zaun und habe irgendwie versucht den michael da in fiorano zu sehen dass er seine runden gedreht hat im ferrari und ja ein paar jahre später sitze ich selber drin und andere leute stehen am zaun also macht einen schon sehr stolz stolz ist auch ferrari boss sergio markeone der seinen neuen schützling zum wahren ferrari star adelt er beweise absolute identitätseinheit mit der scuderia ein großes lob das nur von einem noch größeren lebenstraum übertroffen werden kann ich glaube es war unbeschreiblich ich denke der moment den man dann auf dem podium hat und runterschaut zunächst die deutsche oder italienische hymne hört ja man verbindet natürlich sehr sehr viel damit auch aus meiner kindheit und da wurde natürlich mein großer traum war für ferrari mal zu siegen und der nächste traum ist klar ist die die weltmeister trophäe zurück zu bringen nach maranello dann aber bitte frisch rasiert gepflegt entspannt kann vettel beim braun werbedrehen nämlich noch nicht die für eine lange saison notwendige ruhe und kraft tankt der viermalige weltmeister lieber abseits der rennstrecke ich glaube weihnachten ist für für alle leute in gewisser weise sehr wichtig für die meisten natürlich ein bisschen ein rückzug es ist ja auch das fest der familie und so sollte es glaube ich auch sein also dass man die tage mit seiner familie verbringt und die ruhe dann auch genießt um dann wieder entschlossen anzugreifen dabei will der 28 jährige nicht nur kurzfristig zurück an die weltspitze sondern dauerhaft ganz oben stehen vor allen anderen 2016 gibt es die nächste chance wir werden alles dran setzen die zu nutzen aber insgesamt ja ist es nicht nur so dass wir jetzt ein jahr schnell mal aufblühen wollen und dann wieder verschwinden sondern das ziel ist langfristig den ton anzugeben dieses ziel fest vor augen wirkt vettel auch bei einem vermeintlich lockeren werbedreh unbeirrt fokussiert der lachende dritte möchte ja auch zeitnah zum nächsten ferrari lebenstraum weltmeistertitel fahren das waren die sport 1 news bleiben sie mit uns informiert und seien sie beim nächsten mal einfach wieder mit dabei bis dahin ich freue mich auf sie ciao